hallo zusammen und schön dass sie wieder eingeschaltet hat zu einem neuen video auf diesem kanal diesmal ein kurzes info video ich hoffe die handwerker sind so lange ruhig es geht darum ich kriege ich mein programm meistens nicht mehr zu schneiden also das zum laufen und ich werde mir jetzt nächsten monat habe ich geburtstag ich werde mir dann neues holen und bis dahin werdet ihr nur sachen bekommen die halt entweder schon hochgeladen sind oder stop and go aufnahmen die ich ja mit einem anderen programm schneide es tut mir leid ich hatte schon angefangen mit dem rate guides aber das stürzt mir immer wieder ab und ich bin es jetzt leid das muss das programm ist auch schon so alt und ja also habt ein bisschen geduld ich denke mal dass wir also ist ja jetzt noch eine woche bis mai ich denke mal das kriegen wir dann schon geregelt ich denke und eine woche lang jetzt mehr von bad und weniger von mir kriegt er glaube ich schon hin oder wir haben halt jeden paladin noch oder den iron man kriegen wir ihn ich wollte ich kurz bescheid sagen nicht dass ihr euch wundert wo denn die guides bleiben es geht einfach nicht mehr also keine chance also ich würde sagen wir sehen uns später im stream danke für eure aufmerksamkeit fürs zuhören und wir sehen uns dann im nächsten video stream wieder oder hören uns sein also wird es nicht laufen also tschüss